Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Januar 2009 an alte Försterei gewechselt und absolvierte bislang 221 Pflichtspiele für Union. Michael ist ein Mentalitätsspieler, der unserer Mannschaft sehr gut tut. Er lebt in beeindruckender Weise vor, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Auf Seeweise hat er auch in sehr Saison seinen Platz in der Mannschaft erobert und bewiesen, wie wichtig er auf und neben dem Platz für uns ist, sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspieleabteilung. Karensen absolviert nach einer Knieverletzung derzeit ein Reha-Programm. Karensen Familie Karensen Karensen